Wahrscheinlich versteht man durch das Knattern des Windes jetzt überhaupt nichts. Ich versuche mal die Hand wieder hinzuhalten, damit man was versteht, aber viel Hoffnung habe ich da nicht. So, wir sind hier am östlichsten Punkt von Madeira. Gerade sind wir sogar durch Regen gefahren, aber stell sich das mal vor, durch Regen. Jetzt wollen wir hier ein bisschen lang gehen, da wir heute Nachmittag mit dem Boot rausfahren wollen, um Delfine und Wale zu sehen. Obwohl, wir haben ein Wal von unserem Zimmer aus, von unserem Fenster, von unserem Balkon. Wahnsinn, ne? Interessiert keinen, ne? Naja, mir doch egal.